der anderen der pepsi war ja schon dran und hey kitty was geht ab und ich habe hier noch ein paar anfragen also sie einmal durchgehen damit wir einmal schon dann können ich dachte du brauchst das jetzt noch eine minute es geht okay nummer eins bist du das auch okay was geht okay bist du auch dass sie auch was geht das bist du auch was geht der name ist süß was mit dem hier die katze was geht ja die katze war wirklich süß der ist auch neu pelikane sind gar nicht so geil was geht der sport ist aber cool weißt du weißt du pelikane sind so richtig was geht also das war die schnellste runter die wir je gemacht haben ja das ist schon den dennoch was das wolf gewesen pablo ja er denkt das war gut hast du dafür geld ausgegeben ist schon ein bisschen stalker halten mein herz muss sich auch erstmal beruhigen mein herz auch das ist auch noch pablo holz und ich glaube meine nachbarn hoch er hat so meinen namen schon gesagt immerhin hast du meinen namen schon gesagt er muss er muss dich echt lieben eine woche eine woche zwei komm ich helf dir drei hat sie schon den dino jetzt bist du mit dem letzten rausgegangen schlinge ne hatte ich nicht das kommt bestimmt jetzt auch hey kitty was geht nein kostet nichts nur zeit und macht sehr viel spaß ja solange es dir spaß macht mate den hühner macht bestimmt keinen spaß und deiner katze die du mit gift fütterst der macht bestimmt auch keinen spaß ernähr die mal an die pflanze nicht geh mal auf mein äh geh mal auf twitch und geh da mal hin und schau mal da ist äh was war das katzenfutter oder war das kokku katzenfutter ich geb es schon ein ach danke da ist es da ist es da ist es komm dir direkt zum veganen katzenfutter direkt rein amikett 7,5 kilogramm für neun für 50 euro 99 hat 90 euro 90 euro 90 euro